In den stillen Korridoren der Zeit, wo sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verflechten, gibt es eine ausgewählte Gruppe rätselhafter Gestalten, die zeitrissenden Beobachter. Ihre Existenz entzieht sich den konventionellen Grenzen der Realität, denn sie sind nicht die kühnen Abenteurer, die die Geschichte umgestalten, sondern die stillen Beobachter, die den Fluss der Zeit bezeugen. Während der Kosmos seine Geheimnisse entfaltet, stehen sie am Abgrund längst vergangener und noch kommender Epochen, enträtseln die Geheimnisse und ringen mit dem Gewicht des Wissens, das sie besitzen. In einer Welt, in der die Vergangenheit ihre Bibliothek und die Zukunft ihr Rätsel ist, entführen uns, die zeitrissenden Beobachter, in ein Reich, in dem die Grenzen der Zeit verschwimmen, in dem die Fäden der Geschichte eine verschwungene Geschichte voller Ehrfurcht, Wunder und tiefgreifender ethischer Dilemmata weben. Dies ist eine Saga, die die Grenzen des menschlichen Verstehens überschreitet und unsere Wahrnehmung der Zeit und die Folgen des Bezeugens der unerforschten Pfade unserer Existenz infrage stellt. Die zeitrissenden Beobachter ist ein fesselndes Science-Fiction-Konzept, das den Leser in die fesselnde Welt der Zeitrissen eintauchen lässt. In dieser einzigartigen Erzählung besitzen diese Beobachter die bemerkenswerte Fähigkeit, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu durchqueren, ähnlich wie unerschrockene Entdecker, die durch eine vernetzte zeitliche Landschaft navigieren. Was sie auszeichnet, ist ihr unerschütterliches Engagement für die Nicht-Einmischung, sie sind stille Zeugen der sich entfaltenden Ereignisse der Geschichte und lassen den Fluss der Zeit ganz natürlich fließen. Auf ihren außergewöhnlichen Reisen sammeln sie Weisheit und Wissen, das über ihre eigene Lebenszeit hinausgeht und werden so zu bewahren historischer und zukünftiger Informationen. Diese Macht geht jedoch mit tiefgreifenden ethischen Dilemmata einher und wirft Fragen über ihre Rolle bei der Gestaltung der Geschichte und die Verantwortung auf, die mit ihrem Wissen über zukünftige Ereignisse einhergeht. Das Konzept der zeitrissenden Beobachter bietet ein reichhaltiges Potenzial für die Erzählung von Geschichten, indem es die Spannung von Zeitrissen mit der moralischen Komplexität der Entscheidung verbindet, ob man eingreifen oder nur beobachten soll und die Konsequenzen solcher Entscheidungen erforscht. Im Wesentlichen handelt es sich um eine zum Nachdenken anregende Erkundung der komplizierten Beziehung zwischen Individuen und der ständig rollenden Flut der Zeit, die unser Verständnis von menschlichem Handeln und den ethischen Überlegungen herausfordert, die mit der Fähigkeit einhergehen, den Lauf der Geschichte zu beobachten, aber nicht einzugriffen. Am Ende bleibt ein tiefes Gefühl des Staunens, eine neu gewonnene Wertschätzung für die Komplexität der Zeit und die allgegenwärtige Frage, welchen Platz nehmen wir im Lauf der Geschichte ein, wenn wir die Macht haben, Zeugen zu sein, aber nicht einzugriffen.